Das kann doch nicht wahr sein. Nur ein paar Tage und wir haben unser Spendenziel noch immer nicht erreicht. Was ist denn los mit euch, ihr Pfeifen, ihr Flachzeug, ihr Opportunisten, ihr Schafe, ihr CDU-Wähler? 5 Euro, 5 Euro. Davon kann man sich noch nicht mal eine anständige Zigarre kaufen. Tut doch einmal in eurem erbärmlichen, minderwertigen, mittelmäßigen Dasein etwas Sinnvolles, etwas, das Größe hat. Und unterstützt unseren Crowdfunding-Call für die aktuelle Ausgabe der Nadexon-Thema DDR im Honecker, Ulbricht, Mirke, wir sind stolz auf euch. Und ich auch. So war ich, Egon Olsenheiße. Bis zum nächsten Mal.